I am the Jochen and this is the Frühsport für Freitag, den 3. September 2021. Schönen guten Morgen. Die deutschen Rollstuhl-Basketballerinnen sind im Halbfinale ausgeschieden. Gegen die Niederlande gab es eine Niederlage mit 10 Punkten Differenz. Damit also der Traum vom Titelgewinn geplatzt an dieser Stelle. Im Tischtennisfinale haben die deutschen Männer gegen China verloren. Das war zu befürchten gewesen, aber sehen wir positiv, es bleibt die Silbermedaille, denn es war ja eine Finalniederlage. Glückwunsch also an unsere Tischtennisse, unsere Tischtennisse, unsere Tischtennis-Asse, wollte ich sagen, habe es ein bisschen verkürzt. Außerdem gibt es auch noch zweimal Grund zu feiern im Radsport, und zwar im Straßenrennen der Frauen. Dann gab es Gold für Jana Majunke und für Angelika Dreok-Käser, die Silbermedaille hinten dran. Glückwunsch dazu an die beiden. Mehr Paralympics gibt es heute dann wieder im ZDF-Sportstudio live. Ab kurz nach neun zur gewohnten Zeit dann mit der üblichen Mittagsunterbrechung bis mittags um drei Paralympics aus Tokio aus den verschiedensten Sportarten zu sehen. Wir bleiben bei einer Sportart, nämlich Tennis. Da gucken wir bei den US Open rein, was es Neues gibt und verkünden das beispielsweise. Alexander Zverev eine Runde weiter ist, 3-0 Sätze gegen Ramos Vignolas. Oskar Otte ist eine Runde weiter, 3-0 Sätze gegen Kattler. Kuttler habe ich gestern gesagt, Kattler ist ein Amerikaner. Und Angelika Kerber ist auch eine Runde weiter, 2-0 gegen Kalinina, gegen die sie beim French Open noch verloren hatte. Also das ist doch eine sehr erfolgreiche Bilanz hier des heutigen Tages in den Einzelwettbewerben. Kurz noch auf die anderen Favoriten geguckt. Zizipas eine Runde weiter, Berrettini eine Runde weiter. Und bei den Damen Ashley Barty und auch Iga Svartek eine Runde weiter. Wir schauen in die Doppelwettbewerbe rein. Da haben wir beispielsweise den Sieg von Dominik Köpfer zusammen mit seinem Partner Russo Wori gegen Tim Pütz und Michael Wieners. Letztere mussten allerdings das Match verletzungsbedingt aufgeben. Und im Damen-Turnier, da ist Julia Lohoff ausgeschieden mit Partnerin Maru Sawa gegen Hosumi Rosolska. Die ist also raus und das war's fürs erste Mal von den Ergebnissen von gestern. Wir schauen auf den Spielplan von heute. Erstmal in der Nacht jetzt ist gerade noch Djokovic dran gegen Kriegsboer. Aber wir reden jetzt über das Tagesprogramm vom Freitag. Da gibt es ab 17 Uhr wie immer auf allen Eurosport-Kanälen die US Open zu sehen. Mit Peter Gorjowczyk, der gleich um 17 Uhr startet im ersten Block gegen Henry Lachshundin aus der Schweiz. Dann haben wir beispielsweise auch noch im Programm heute im Doppel einige deutsche Beteiligungen, zum Beispiel Tim Pütz und Vera Svonjareva im Mixed. Die dürfen jetzt endlich dann auch mal ran vielleicht. Das war ja alles war regenmäßig ein bisschen verschoben worden. Und Kevin Gravitz zusammen mit Kvita Peschke. Gravitz spielt jetzt auch heute Nacht noch, also Nacht jetzt von Donnerstag auf Freitag, mit Horia Tekau sein Doppel, wenn es stattfinden kann. Dann haben wir Andreas Mies, der heute Abend spielt, zusammen mit Golubev im Doppel. Und, und, und. Und Annalena Friesam ist hier noch angesetzt, sehe ich gerade mit ihrer Partnerin Doi und Andrea Petkovic mit Tomljanovic. Auch die soll heute Damen doppel spielen. Ich würde sagen, klingt euch einfach rein auf Eurosport 1. Da habt ihr das Ganze begleitet und moderiert, kriegt ihr alles mit. Oder geht auf die 360-Kanäle oder Eurosport-Player, falls ihr da ein bisschen rumzappen wollt. Da gibt es, denke ich, ein buntes Programm zu sehen im Laufe des Abends. Wer Tennis gucken möchte, kommt da sicherlich auf seine Kosten bei den US Open. Wir wechseln die Sportart, gehen zum Radsport. Da gab es gestern die letzte große Bergankunft bei der Welta. Und die ging diesmal an Miguel Angel Lopez, der das Ganze in einem Solo-Ritt gewonnen hat. Dahinter aber schon die üblichen Verdächtigen. Primoz Roglic wird schon wieder Zweiter vor Enric Maas und Egan Bernal auf Vier. Das bedeutet in der Gesamtwertung, dass sich vorne jetzt auch nicht so mega viel getan hat. Weil die sind ja dann auch nahezu, ein paar Sekunden Unterschied gab es heute, aber sie sind ja nahezu zusammen reingekommen. Es führt nach wie vor Roglic. Der hat jetzt 2,30 vor Enric Maas und 2,53 vor Miguel Angel Lopez. Der ist also ein bisschen rangerückt vorne. Egan Bernal fährt immer noch im weißen Trikot. Und ansonsten auch nichts Neues. Doch, im Bergtrikot gibt es was Neues. Da ist nicht mehr der Sportkamerad Roman Bade im Bergtrikot, sondern das hat heute gewechselt. Und zwar nach Australien an Michael Storer. Der hat sich hier das Trikot mit den Punkten heute sichern können. Glückwunsch dazu. Sprinter Trikot weiterhin bei Jakobsen. Und die heutige Etappe ist dann wieder ein bisschen entspannter. Werden wir sehen, was passiert. Wer da gucken möchte, was passiert. 15 Uhr seid ihr hier dabei auf Eurosport 1. Das kann man als Vorspiel zum Tennis ja ganz gut mit weggucken. Dann schauen wir mal auf den Fußball. WM-Qualifikation aller Orten. Wir haben zum Beispiel die aus Afrika. Da habe ich noch ein paar Ergebnisse für euch. Zum Beispiel Ägypten schlägt Angola mit 1 zu 0. Marokko gewinnt 2 zu 0 gegen Sudan. Dann habe ich Algerien. Die gewinnen 8 zu 0 gegen Djibouti. Kann man mal machen. Und heute geht der ganze Spaß dann auch weiter in Afrika. Was ich jetzt gesehen habe. Auf FIFA TV, auf dem YouTube-Kanal, gibt es alle Spiele live aus der Qualifikation. Habe ich noch nicht gesagt die Woche, weil ich es heute erst festgestellt habe. Nur als Hinweis, wenn jemand gerne afrikanische Quali gucken will. Zum Beispiel 15 Uhr habe ich heute Zimbabwe gegen Südafrika anzubieten. Oder Mosambik gegen die Elfenbeinküste. Dann haben wir um 18 Uhr Nigeria gegen Liberia. Oder auch am Abend dann um 21 Uhr Kamerun, Malawi, Tunesien gegen Äquatorial Guinea. Oder Ghana gegen Äthiopien auch. Also da gibt es schon sehr illustre Spiele mit dem einen oder anderen bekannten Spieler auch am Start. YouTube TV, FIFA TV auf YouTube. Da könnt ihr die also alle gucken, die Spiele und das Ganze für umsonst. Also ein schönes Angebot. Das also zum afrikanischen Geschehen. Dann gucken wir mal nach Asien rüber. Da gab es auch schon ein paar Spiele jetzt am ersten Gruppenspieltag. Also am ersten Spieltag der aktuellen Gruppenphase. Zum Beispiel hat Japan verloren gegen Oman. Das finde ich ein bisschen überraschend. 0 zu 1. Das hatte man so nicht auf der Rechnung mit Sicherheit in Japan. Südkorea trennt sich vom Irak mit 0 zu 0. Der Iran hat gewonnen gegen Syrien mit 1 zu 0. Und die Australier gegen China relativ elegant mit 3 zu 0. Haben wir da heute noch was auf der Agenda stehen? Ich glaube, die machen erstmal Pause. Ne, da habe ich hier nichts stehen. Na, dann halt nicht. So, aber das Interessante ist natürlich Europa. Da gab es auch wieder Spiele. Und da werfe ich auch parallel mal einen Blick auf die Qualifikationsgruppen. Und versuche ich da mal ein bisschen auf den aktuellen Stand zu bringen. Was sich dort heute getan hat. Beispielsweise gab es das Überraschungsergebnis des Tages vielleicht. Dass von Schweden gegen Spanien 2 zu 1 haben die Schweden gewonnen. Führen jetzt in der Gruppe mit 9 Punkten. Vor Spanien mit 7. Und die Schweden haben noch ein Spiel weniger. Das heißt, es könnte da 5 Punkte Vorsprung geben für Schweden. Bald. Die Spanier, das ist insofern interessant, haben seit 66 WM-Quali-Spielen mal wieder verloren. Was, eine Serie, oder? 66 Quali-Spiele ohne Niederlage. Und jetzt ist es vorbei. Aber die Italiener basteln auch gerade an einer Serie. Die haben nämlich jetzt heute ihr 35. Spiel ohne Niederlage in Folge absolviert. Wettbewerbsübergreifend. Inklusive aller großen Turniere und so weiter. Da gab es ein 1 zu 1 gegen Bulgarien. Ist zwar nicht doll für die Italiener, aber ist zumindest auch ein Spiel ohne Niederlage. Das heißt, wir sind bei 35. Das hatten die Spanier auch mal vor 15 Jahren. Das können die Italiener jetzt schon toppen in Kürze und den Weltrekord sich holen. Liegen in ihrer Gruppe jetzt trotzdem mit 10 Punkten vorne vor der Schweiz. Die haben aber auch erst 6 Punkte auf dem Konto, weil die erst zweimal gespielt haben, die Schweiz. Also da ist noch einiges nachzutragen. Dann habe ich heute noch auf der Liste hier stehen zum Beispiel die Belgier. Die haben gewonnen 5 zu 2 in Estland. Liegen in ihrer Gruppe jetzt mit 10 Punkten vorne vor den Tschechen mit 7 Punkten. Die haben gegen Belarus 1 zu 0 gewonnen. Dann haben wir noch gespielt heute. Deutschland. Mensch, hier, guck mal einer an. Gegen Lichtenstein. Souverän 2 zu 0 gewonnen in St. Gallen. Nicht in Lichtenstein. Ich habe gestern gesagt, spielen in Lichtenstein stimmt nicht. War in St. Gallen, aber 2 zu 0 gewonnen. Beim Debüt von Hansi Flick. Ja, hat man vielleicht ein bisschen Höhe erwartet, den Sieg. Mir ist es ganz recht. Also habe ich diesen Mega-Gag im Titel des Videos unterbringen können, weil der Sieg mir doch nicht so hoch ausgefallen ist. Vielen Dank da also an dieser Stelle. Trotz alledem, die Punkte sind die Punkte. Die nehmen wir mit. Und die bringen uns dann insgesamt also auf 9. Aber es bleibt Armenien vorne in der Gruppe. Nach dem 0 zu 0 in Nordmazedonien. Sieht es da jetzt so aus. Armenien 10, Deutschland 9 und Nordmazedonien 7. Und Rumänien 6. Also das ist eine Gesellschaft, wo wir eigentlich gedacht hätten, da werden wir uns nicht so einkesseln lassen. Aber so kam es dann eben. Die Engländer erfolgreich 4-0 in Ungarn. Liegen in ihrer Gruppe jetzt auch klar vorne. Mit 12 Punkten vor Polen 7 und Ungarn 7. Die Polen ihrerseits auch gewonnen. 4-1 gegen Albanien mit einem bockstarken Lewandowski. Und das war so im Großen und Ganzen die Ergebnisparade. Da waren noch ein paar kleine Spiele dabei. Aber ich glaube, die sind nicht so relevant an der Stelle. Die U21 hat gespielt aus Deutschland. Auch heute wollen wir nicht vergessen. Ist in ihrer EM-Quali gestartet mit einem 6 zu 0 in San Marino. Das ist standesgemäß. Kann ich nicht anders sagen. Bolivien in Europa wird heute nicht für EM-Qualifikation gespielt. Dafür aber in Amerika noch. Da ist jetzt gerade in der Nacht einiges los. Ich kann schon verkünden, dass wir noch gerade schon ein Ergebnis haben. Bolivien 1-1 gegen Kolumbien. Guck eine an. Ansonsten in der Nacht von heute auf morgen. Also hier spricht jetzt, wenn ihr es guckt, von gestern auf heute. Also von Donnerstag auf Freitag. Hatte ich ja gestern schon gesagt. Noch weitere Spiele in Nord- und Südamerika. Und ansonsten haben wir erstmal Pause in der Quali. Fußball gibt es heute trotzdem. Wer gucken möchte. Dritte Liga ist am Start. mit Saarbrücken gegen Wien Wiesbaden. 19 Uhr auf Magentasport. Und die Frauen-Bundesliga um Viertel nach sieben auch auf Magenta zu sehen. Turbine Potsdam gegen Carl Zeiss Jena. Hier die Begegnung. Dann gibt es noch... Ich muss Sport 1 Plus jetzt mal ins Spiel bringen. Und eine Lanze für die brechen. Die sind heute richtig gut dabei. Und zwar Eishockey Champions League. Die wird diesmal nicht auf Sport 1 im TV übertragen. Sondern auf Sport 1 Plus. Da gibt es um 18 Uhr zu sehen. Die Eisbären Berlin in Tappara in Finnland. Und die Fischton Penguins um 19.30 Uhr gegen Turku. Und frohe Kunde aus der Eishockey Champions League habe ich zumindest von gestern Abend. Da haben nämlich die Adler Mannheim gegen Cardiff gewonnen. 7-2. Und Red Bull München gewinnt 6-2 gegen Sonderjuske aus Dänemark. Also es war ein erfolgreicher Eishockey-Abend. Und ob es heute wieder einer wird, kann man auch Sport 1 Plus dann verfolgen. Ab 18 Uhr. Warum zeigt Sport 1 das? Jetzt bin ich völlig von Sinn. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Diese Eishockey-Spiele laufen im Stream auf sport1.de. Die kann man gucken, auch ohne Sport 1 Plus. Denn Sport 1 Plus zeigt ja Volleyball. Das habe ich gerade verwechselt. Shame on me. Ich nehme das Video nicht neu auf. Das mache ich grundsätzlich ja nicht, wie ihr wisst. Aber der Fehler zum Glück gerade noch bemerkt. Also Eishockey Champions League ab 18 Uhr auf sport1.de im Stream. Beide Spiele heute. Erst die Eisbären und dann um 19.30 Uhr die Fishtown Penguins. Kann man beides gucken. Und auf Sport 1 Plus läuft Volleyball. Falls ihr euch jemanden fragt, ich habe hier Aua an Fingern. Ich habe vorhin beim Spülen eine Tasse zerbrochen und so richtig schön in die Scherben reingelangt. Das war nicht so prickelnd. Mitleid bitte jetzt. Dankeschön. Volleyball wird heute gespielt. Europameisterschaft der Frauen geht zur Neige. Da sind wir im Halbfinale inzwischen angekommen. 17 Uhr Türkei, Serbien und 20 Uhr dann Niederlande gegen Italien. Und die Männer-Europameisterschaft, die beginnt für das deutsche Team mit einem Spiel gegen Kroatien um 16 Uhr. Das gibt es alles auf Sport 1 Plus zu sehen. Das ist also heute der Volleyball-Sender Nummer 1. Wer da EM gucken möchte, ansonsten hört er morgen bei mir rein. Und ich sage euch, wie es ausgegangen ist. Ein paar Kleinigkeiten habe ich noch. Und zwar, warum zeigt Sport 1 heute nichts, weder Volleyball noch Eishockey? Naja, weil sie Beachvolleyball zeigen. Da finden gerade am Timmendorfer Strand die deutschen Meisterschaften statt. Und da gibt es eine ganz lange Strecke auf Sport 1. Ich muss spicken. 15.30 Uhr geht es los bis 22 Uhr. Kann man also 6,5 Stunden lang Beachvolleyball gucken, wenn man das möchte. Ist ein Haufen Holz. Und zu guter Letzt noch der Hinweis, dass um 8 Uhr auf Sky Sport wieder die Diamond League stattfindet. Da gibt es ein weiteres Meeting und zwar in Brüssel heute. Das kann man also auch noch gucken auf den Abend. Wer keine Lust hat auf afrikanische WM-Qualifikation oder auf die US Open, der ist vielleicht mit leichter Kritik zufriedenzustellen. Das also auf Sky Sport heute Abend. Das war es für heute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr möchtet. Ich würde mich freuen. Wünsche euch einen schönen Freitag und Vorsicht beim Geschirrspülen. Bis morgen. Tschüss.